Mama, ich will das Outfit shoppen. Gululu, da sind wir hier genau richtig. Fah! Oh, die ist es, oder? Und der Pullover. Vertrau mir mal, Gululu. Mama, ich weiß irgendwie nicht, ob das das Richtige ist. Hier sogar mit einer Bauchtasche, das ist richtig knorkel. Mama, ich weiß irgendwie nicht, sieht das so cool aus wie auf dem Bild jetzt? Mal, vielleicht mal so. Ist das hip und fresh, oder? Ist das eher so ein bisschen komisch? Stell dich nicht so an, das kaufen wir dir jetzt. Damit reißt du alle Mädchen auf.